Hi, mein Name ist Martin Seifert. Ich bin vom Hands-On-Metology-Team der Carl Zeiss. Hier auf unserem Stand auf der Kontrolle zeigen wir dieses Jahr unsere neueste Innovation, den handgeführten Laserscanner T-Scan Hawk 2. Mit dem Hawk 2 können Sie Bauteile von Faustgröße bis 4 Meter abscannen und die Scandaten mit dem CAD-Modell vergleichen. Das ermöglicht Ihnen eine umfassende, vollflächige Qualitätskontrolle Ihrer Bauteile. Freihand geführt und sehr einfach.